Nethi Asana ist eine Übung zur Öffnung der Nasenlöcher. Wenn du mal ein verstopftes Nasenloch hast, dann kannst du folgende Übung mal ausprobieren, ob sie dir hilft. Zunächst gib die Beine in Agni Stampasana, wenn du kannst. Also ein Fuß unter ein Knie und den anderen Fuß auf das Knie, sodass die Schienbeine übereinander sind wie Feuerholz. Agni Stampa heißt ja Feuerholz. Dann gib die Arme nach vorne, fasse mit den Händen um die Ellbogen und dann fange an mit den Armen zu quirlen in einem Kreis. Und diese Stellung aktiviert zum einen natürlich den Kreislauf, sie macht die Schultern frei, sie ist auch gut für manche Schultermuskeln, ist entspannend. Und sie kann, wenn du das eine Weile gemacht hast, die Nasenlöcher freimachen, sodass du anschließend besser die Wechselatmung üben kannst. Natürlich nach etwa 10 bis 12 Mal wechsle die Seite. Probier es mal aus und schreibe in die Kommentare, ob dir das geholfen hat, eine freiere Nase zu bekommen. Würde mich interessieren. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020